Ja Leute, und ein herzliches Willkommen hier aus Aserbaidschan zu unserem Rennen der Mega-Season. Wir sind in Baku, eine wunderbare Strenke. Heute bis gestern online gekommen, schaut gerne vorbei. Und ja, uns erwartet heute ein Rennen der Superlative. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon versprechen. Hier haben wir nochmal die Strecke 6.003 Meter, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen, wovon wir natürlich auch die längste Start- und Ziel- bzw. die längste Vollgas-Passage der Formel 1 haben. Von Kurve 16 bis Kurve 1 wird Vollgas durchbeschleunigt. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ich hoffe, unser Mutter macht das mit. 2017 wurde hier der erste Grand Prix von Aserbaidschan ausgetragen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns heute gut vorne halten können. Wir haben ja gestern die Polar, oder am Samstag die Polar fahren. Und ich hoffe natürlich, dass wir Sebastian Vettel hier das Größtmögliche rausholen. Hamilton neben uns wird schon mal eine ziemlich schwierige Sache auf jeden Fall. Und dahinter Max Verstappen, Sergei Perez, dann Portas und Norris. Auf dem siebten Platz dann Pierre Gasly und Dana Ricciardo, Leclerc und Sands. Uh, nur auf 9 und 10. Hallo und so und so und so. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Zu Nodern, Stroll und lasst da gerne ein Däumchen oben da. Russell, Gio, Nazi, auf 17 haben wir dann. Mick Schumacher, Kim Reikkonen. Und in der letzten Startreihe, Latifi und Masipin. Schaut gerne auf at-jt, auf TikTok werden doch gerne auf itz-tobi. Wir sind fast 12.000 Leute, also vielen Dank. Links sind wir alle und in der Bio. Und jetzt geht's los. Die 5 Routenlichter, sie beginnen zu leuchten. Und... Lights out, here we're going. In Aserbaidschan. Was für ein Start. Wir kommen eigentlich besser weg, aber innen schlupft uns da Hamilton und auch teilweise jetzt mal Bottas durch. Nicht Bottas, das war Paris, sorry. Und ja, ich muss da innen Platz lassen. Und was macht der Idioter? Der hat ja das gesehen, der ist da innen über den Körb drüber gefahren und hat ihn so ordentlich gegen die Mauer gedrückt. Also das war echt nicht schön. Ich benutze mal ein bisschen... Ja, aber es wird nicht reichen, um hier reinzustechen. Wir kennen alle diese Kurve. Auch Sebastian Vettel hatte beim Rennen hier ein paar Probleme. Und natürlich ein Problem, was echt sehr gravierend war. Sorry für die Replay. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, es ist sehr laggy. Und jetzt ist auch hier Paris durchgeschlüpft. Aber ich denke mal, den können wir in Schach halten. Doch, wir sind da außen in den Verbanden. Beide Red Bull nebeneinander. Ach du Scheiße. Aber das ist noch gut gegangen. Und wir cruisen hier ein bisschen. Wir cruisen und tuk, 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 tuk. Ja, das Problem ist halt, mit diesen Fights haben wir jetzt schon zwei Sekunden Rückstand. Auf, los, Hamilton. Ich hoffe natürlich, dass heute ein bisschen was passiert im Rennen. Dass wir ordentlich was erleben. Und ich kann auch auf jeden Fall sagen, Rennaction technisch wird das auf jeden Fall. Das Rennen vom Feinsten. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Ja, hier die extrem enge Kurve. Ich probiere natürlich auch, so Reifenschuhen wie möglich zu fahren. Gucken wir uns nochmal den Start an. Und der war natürlich jetzt, ja, wir hatten ordentlich Wheelspin. Und ich habe vielleicht doch, ja, das ES hätte ich nicht gebraucht. Aber guck dich das mal an. Allein hier, wie Hamilton da reingeht. Jetzt nochmal hier beim Start die nächste Wiederholung. Und wir hatten einen guten Start auf jeden Fall. Aber ich habe, außen dachte ich mir, ich bremse ein bisschen früher. Und ja, das war natürlich die total falsche Entscheidung. Ich wollte natürlich auch hier keinen Crash oder irgendwie so machen. Aber dennoch, das war echt sehr dumm. Vierte Runde. Und schon sieht es ein bisschen anders aus. In der Kurve habe ich ein paar Probleme. Merkt man auch, glaube ich. Da versetzt immer mein, also die Vorderachse ist nicht so, wie ich die will. Ich muss da immer gegen lenken. Und das ist nicht schön. Wir sind in der vierten Runde und haben uns einen kleinen Polster zu Verstappen geholt. Und sind jetzt im DRS-Fenster zu Lewis Hamilton. Wir könnten also in den nächsten zwei, drei Runden vielleicht so die Führung übernehmen. Wird natürlich ziemlich cool. Ja, reicht aber noch immer noch nicht. Siebte Runde jetzt mittlerweile. Wir scheren hier mal aus, aber das wird nicht reichen. 1,8 Sekunden. Schon langsam wird es tragisch, Herr Hamilton. Und wir müssen auch vorbei, weil wir verlieren da wertvolle Zeit zum Hintermann. Und jetzt im Windschatten DRS und ERS. Also ich denke mal, jetzt wird es sein. Zack, wir scheren hier außen vorbei. Und ja, das geht sich noch nicht aus, weil er auch innen ist. Ich kann ja schwer in die Mauer fahren. Aber wir fahren ja schon durch die zweite. In die zweite Kurve. Ja, das war jetzt unfair. In die zweite Kurve rein. Aber jetzt hat er die Mauer außen. Und wir sind durch, Leute. Wir führen den Grand Prix von Aserbaidschan an. Was für ein cooles, was für ein cooler Fight. Was für ein cooles Überholmanöver. Boah, da sind wir nahe zum Mauer dran gekommen. Aber es hat natürlich auch ordentlich Reifen gekostet. Wir haben noch nicht die neuen Aero-Pakete wie die richtige Formel 1, dass wir hier nicht irgendwie Reifenabfinanzung haben. Ich habe mich sehr spät entschieden, dazu in der achten Runde schon reinzugehen. Viel früher als eigentlich gedacht. Wir werden auf Rot gehen. Und ja, ich weiß selbst nicht, was da meine Idee war. Wir haben auch keinen Platz mehr gut gemacht zu Hamilton. Und die Reifen haben sich echt strechlich angefühlt. Aber dass hier dieser scheiß Flügel gewechselt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass ich überhaupt einen Flügelschatten hatte. Ich wusste, ich weiß nicht mal, wo ich mir den geholt haben hätte können. Aber ja, ich weiß echt nicht. Also das war sehr, sehr dumm, dass man den gewechselt hat. Mir ist auch nicht über Funk gesagt worden, dass überhaupt irgendwas kaputt ist. So, jetzt gehen wir außen an. Norris vorbei. Ich habe mich für rechts entschieden, weil ich mir gedacht habe, dass er vielleicht in die Box fangen will. Ist er nicht. Ja, war dann trotzdem eine okay Idee. Wir sind hier locker und leicht vorbeigekommen. Die Spitze, beziehungsweise Paris, war in der Box. Jetzt haben wir einen Max Verstappen vor Hamilton. Und wiederum der Vorwalt Terri Bottas. Das wird sehr spannend. Jetzt haben wir rote Reifen. Und ich denke mir so, ja, ich wusste auch nicht genau, was ich jetzt mit der Strategie anfangen soll. Also wir sind ja jetzt so mitten im Rennen drin. Die roten Reifen werden nicht ewig halten. Die Strategie an sich war jetzt nicht dumm. Weil wir holen ja jetzt Zeit richtig mega schnell auf Bottas auf. Aber welchen Reifen werden wir benutzen? Ich dachte mir zuerst, weiß, aber weiß sind halt diese Betonklötzen, mit denen ich eigentlich nie fahre. Und jetzt kommt der Safety. Gerade zur beschissensten Zeit vom Rennen kommt der Safety. Ich dachte mir zu dem Moment, perfekt, das Rennen ist vorbei. Jetzt werden die auf weiß vorne wechseln. Die müssen sie ja wahrscheinlich. Und ja, die halten sozusagen ihre Position, weil man ja nur die Hälfte durch dieses Delta verliert. Und so, ja, so wird es dann auch sein, dass ich jetzt erstmal die Arschkarte habe. Dacht mir aber dann auch, Checo ist eh ein paar Sekunden weg, gehen wir jetzt mal rein. So ist es auch. Ich habe mir dann gelb geholt und wir sind hier schon wieder beim Restart. Ich habe sie an Bortas direkt beim Start, ja, bin direkt beim Start vorbeigegangen. Auch Checo ist reingekommen. Ich habe mich für gelb entschieden, weil ich ja schon den zweiten Satz Reifen habe. Weiß nicht genau, ob die durchhalten werden. Ich habe natürlich das Glück jetzt gehabt, dass der Safety Car drei Runden draußen war. Wir haben somit nur noch 12, 13 Runden, also diese Runde und 12 Runden dann noch. Wird jetzt sehr, sehr schwierig. Ich denke mal, wir haben es etwas einfacher wie Hamilton und Verstappen. Wir werden an denen locker vorbeikommen. Also die Pace ist da und vor allem natürlich haben wir den Reifenvorteil. Auch hier gut durchgekommen. Hamilton natürlich mit den Weißen, auch Bottas mit den Weißen hinter uns. Nori hat sich genau wie ich für die gleiche Strategie entschieden. Nur der wiederum hat nur einen Stopp. Also ich war ja schon zweimal jetzt drin und Nori nur einmal. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir werden hoffentlich jetzt rasch an den beiden der Formel vorbeigehen. Vielleicht noch einen Vorsprung rausfahren, nochmal reinkommen. Bin mir nicht sicher, ob das alles langt, aber wir werden auf jeden Fall an dem vorbeigehen und probieren, die Reifen zu verwalten. Mal gucken, wie schnell sich die abbauen. Hat eigentlich im ersten Sinn sehr, sehr schnell ausgesehen, dass man hier ja eigentlich viel Reifenabnutzung hat. Also normalerweise hat man nicht viel Reifenabnutzung, aber durch das Hinterherfahren hatte ich ordentlich. Also wir hatten da wirklich schon 43, 44 Prozent. Ist natürlich nicht viel, aber gerade in den engen Kurven fühlt sich das echt nicht schön an. Wenn man da irgendwie vorbeikommt oder irgendwie zu nah an die Mauer rutscht, das Gefühl ist nicht schön. So, jetzt sind wir an Hamilton dran. Die RS ist noch nicht ernebelt. Wir sind ja gerade erst wieder online gegangen. Also online. Aber wir sind gerade erst wieder hier raufgekommen. Es wird reichen auch ohne RS. Ich habe das mal abgedreht. Wir haben hier einfach, wie gesagt, den Windschatten- und Reifenvorteil im Gegensatz zu den anderen beiden Fahrern. Wir sind schon drei Sekunden von Valtteri Brotters weg nach einer Runde. Also das sieht man mal. Natürlich auch bremst ein bisschen Nori ein. Aber auch hier Windschatten. Der RS ist wieder nicht offen. Ist auch klar. Ich glaube, das wird erst zwei, drei Runden nach dem Restart aufgedreht. Aber das sollte hier auch reichen. Ich kann viel später bremsen. Lass ihn innen noch Platz zum Atmen und komm außen ganz, ganz perfekt raus. Also das war ein tolles Überholmanöver. War auch jetzt einfacher, würde ich mal sagen. Also wie wenn wir jetzt auf den gleichen Reifen wären. Weil mit dem weißen hätte ich mich, glaube ich, umgebracht. Weil das echt nicht schön zu fahren ist. So, la, la. Was machen wir jetzt nun? Wir haben schon noch eine Runde, also beziehungsweise noch zwei Runden. Neun Prozent. Und das hat mir dann schon gezeigt, huch, ich muss ein bisschen Reifen schonender fahren. Oder die zweite Variante. Ich pushe jetzt, was geht. Und werde dann noch einmal reinkommen. Rot, wo keiner, ich glaube, Rot hatte ich noch über vom Qualifying. Und dann irgendwie nochmal reinkommen. Und ja, so werden wir uns dann auch umentscheiden. Hier noch einmal. Das überholmen wir über gegen Lewis Hamilton. Das war eigentlich easy coin. Das ist einfach nur zwingend, vorbeifahren und fertig. Gegen Verstappen, das hat mir ein bisschen besser gefallen. Wir sind ja echt ewig im Windschirm entlang gefahren. Also es fühlte sich halt ewig an, auf dieser langen Geraden. Rausgestochen. Dann natürlich auch rechts rausgefahren. Hatten die bessere Seite auch natürlich die Ideallinie. Und konnten hier einfach außen vorbeigehen. Boah, das war knapp eine Mauer, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und ja, so ist es auch geworden. Unsere Reifen sind down. Ich habe es aber geschafft, mit diesen Reifen 18 Sekunden rauszuholen. Jetzt sind es 19. Natürlich habe ich die nicht allein rausgefahren. Hamilton und Verstappen haben gefeiert ohne Ende. Also da geht es die ganze Zeit hin und her. Wirklich jede Runde mindestens ein, zwei Wechseln. Und deswegen habe ich es irgendwie geschafft, hier mir diesen Vorsprung rauszufahren. Ich denke mir auch so, ja 19 Sekunden ist jetzt nicht viel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch gehen wird. So, wir gehen einmal noch ab. Natürlich mit riesen Risiko. Weil wenn ich wieder einen Flügelschaden habe, wird das nicht reichen. Auch hier haben wir richtig alles noch rausgeholt. Und es wird reichen. Wir fahren gerade in die erste Kurve rein. Gerade in die erste Kurve. Nicht mal drei Sekunden haben wir es hier geschafft. Aber auch nur, weil Verstappen und Hamilton hier immer noch fighten, haben wir hier wieder eine Sekunde aufgeholt. Also ihr seht, das geht so schnell. Wenn die fighten, da verlieren die direkt gleich mal eine halbe Sekunde. Manella zurücksticht wieder eine halbe Sekunde. Und wir sind jetzt durch, Leute. Das war der Grand Prix. Ich hatte mir echt was Spektakuläres vorgestellt. Aber der Safety Car hat... Oh mein Gott! Ja, das war jetzt nicht so... Nicht so lecker. Der Safety Car war zum ersten Blick mal Fluch. Aber jetzt dann auch rückblickend siegen. Weil wir direkt die Freireif mal hatten. Weil wir Rotschirm drauf hatten. Und ja, wir waren glaube ich das ganze Rennen so strategisch gut aufgestellt. Auf jeden Fall. Was sagt ihr? Was hättet ihr in der Strategie vielleicht anders gemacht? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Schaut gerne. Jetzt fangen wir mal ins Ziel, okay? Und dann... Ja, ich habe hier ein bisschen Boden verloren. Aber das ist egal. Wir gewinnen den großen Preis von Aserbaidschan hier in Baku. Eine tolle Strecke, wirklich. Ich liebe diese Strecke. Einfach nur genial. Viele Kurven, die alle bocken. Nikita Mazepin ist Rafa D geworden. Ich werde zum Schluss keine Zeit mehr haben, euch das zu erzählen. Er ist von 20 auf 17 ins Ziel gekommen. Also natürlich Props an Nikita. Das ist natürlich eine Leistung, die schafft nicht jeder. Und hier sind wir. Sebastian Vettel gewinnt hier. Und das wäre nicht mal so abwegig gewesen. Gestern ohne den Fehler, denke ich mal, wäre locker Fünfter geworden. Also das ist echt... Er ist jetzt glaube ich Sechster geworden. Also das war echt eine sehr tolle Leistung von Vettel gestern wieder. Er hat auch gesagt, das ist eine Hassliebe zwischen ihm und Aserbaidschan. Also jedes Jahr wieder. Ja, ich weiß nicht. Die Strecke bockt ordentlich. Aber das Rennen dieses Jahr war ein bisschen langweilig. Also wirklich, da hätte ein bisschen mehr Pepp. Natürlich, weil beide Ferrari weg waren, hat es vorne an der Spitze gefehlt. Ich denke mal, da wäre es echt cooler gewesen mit Hin und Her und Überholmanöver. Aber es ist ein bisschen fader geworden, leider. Aber was sagt ihr? Wie fandet ihr das Rennen am Sonntag? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne unbedingt den Channel kostenlos. Und Formel 1, 22. Es wartet. Es sind nur noch zwei Wochen. Ich freue mich so darauf, der Hype ist da. Jetzt unterstrich Tobi auf Instagram, auf TikTok. Schaut unbedingt gerne vorbei. Wir sind fast 12.000 Subs. Und da gibt es wirklich viel Stuff jeden Tag online. Links normal in deiner Bio. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne kostenlos. Macht gerne einen Daumen nach oben da. Nächste Woche ist schon Kanada. Bis dahin. Danke fürs Zugucken. Tschau. 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 Tau. 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 Vielen Dank.